Lassen Sie sich das nicht entgehen. Die Nessa Non-Invasive Neuromodulation entwickelt sich gerade zu einem unverzichtbaren Werkzeug für diejenigen Gesundheitsfachkräfte, die sie täglich verwenden. Mit einer zunehmenden Verbreitung in Kliniken und dem Einsatz der Nessa-Technologie in immer mehr Krankenhäusern beginnt eine Revolution. Die Modulation des autonomen Nervensystems unserer Patienten, um ihre Behandlungen zu stärken und sogar bisher verschlossene therapeutische Möglichkeiten zu eröffnen. Wir möchten, dass Sie sich selbst davon überzeugen. Deshalb lädt dich Nessa World ein, an einer Schulung der X-Signal-Technologien teilzunehmen. Begleitet von Gesundheitsfachkräften mit umfangreicher Erfahrung in der Technologie, damit sie aus erster Hand erfahren, wovon wir sprechen. Psychologische Grundlagen, klinische Studien, praktische Anwendung des Geräts und alles, was Sie über die Auswirkungen der Modulation des Nervensystems Ihrer Patienten wissen müssen. Mit wöchentlichen Schulungen im ganzen Land wird es Ihnen sehr leicht fallen, die Tür zu diesem neuen Wissen zu öffnen, das Ihre Behandlungen auf das nächste Level bringen wird. Lassen Sie sich das nicht entgehen und fragen Sie jetzt, ob Sie bei der nächsten Schulung teilnehmen können. Sie werden es nicht bereuen.